Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es natürlich nochmal einen kleinen Nachtrag zum Spiel, vor allen Dingen in den einzelnen Positionen. Ich möchte zu einigen Spielern was sagen. Nabi Keita mit seinem ersten Einsatz, allein darüber müssen wir quatschen, dann die Startaufstellung, die komplett umgekrempelt worden ist. Und es war ein Wunsch, der von vielen, glaube ich, in Erfüllung gegangen ist, weil ja etwas auf zwei, drei Positionen zumindest passiert ist. Über die einzigen Spieler möchte ich sprechen, Justin, Jimmer, also nicht über jeden Spieler, sondern um genau zu sein, um eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler möchte ich sprechen. So, ihr könnt sehr, sehr gerne schon mal ein Däumchen nach oben dalassen. Schreibt doch mal rein, was war für euch so das Beste am Köln-Spiel, wo ihr gesagt habt, ey, das war einfach so ein positiver Impact, das hat echt Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das einmal unten reinschreibt. Wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben dalassen und natürlich auch unbedingt ein Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Guck mal, wir sind kurz von den 22.700. Ich glaube, die können wir hier mit knacken. Heute Abend sind wir natürlich auch live mit dem Stammtisch. Aktiviert gerne die Glocke, die neben dem Abo-Button ist. Auch für die Leute, die schon ein Abo haben, drückt da gerne nochmal drauf, macht alle Benachrichtigungen an, dann werdet ihr auch jedes Video mitbekommen und auch natürlich immer, wenn wir live sind. Denn heute Abend, 18 Uhr, Stammtisch, ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt sprechen wir direkt erstmal darüber, über die Startaufstellung. Ich muss wirklich sagen, das war ja echt der Wahnsinn für uns einfach als Werner-Fans, dass man eigentlich genau diese Änderung mal bekommen hat, die man sich schon auch ein Stück weit gewünscht hat. Also in den letzten Wochen gab es ja immer wieder, glaube ich, gerade einer der größten Kritikpunkte bei Ole Werner war halt, dass man das Gefühl hatte, und das ist ja auch de facto so gewesen, dass er halt sehr an seinen Lieblingen festgehangen hat. So, und jetzt hat er einfach mal wirklich ein paar Sachen getauscht. Eine musste er tauschen, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Friede, Bauchmuskelverletzung wieder. Das ist natürlich bitter, aber sonst, Dämon ist reingekommen. Wundert euch nicht, bei Google ist es immer getauscht, warum auch immer. Dämon ist reingekommen, links für Jung, war ein absoluter Wunsch. Ist super, super geil, dass er jetzt gespielt hat. Ich fand gegen Heidenheim, wo er schon drin war, war er wirklich richtig gut in Ansätzen. Und jetzt hat er einfach absolut bewiesen. Also, so ein super Spiel gemacht. Ist genau der Schienenspieler, den wir die ganze Zeit brauchen, aber zur Einzelne kommen wir ja gleich. Ich will hier einfach nur mal mit der Aufstellung sagen. Dann Zendel Linden reingekommen. Auch ein absoluter Wunsch gewesen, auf der Sechs eben diesen Switch zu machen. Und hinten drin Friede auch mal eine Pause zu gönnen. Wie gesagt, der ist jetzt verletzt, aber dafür kam eben Veljkovic rein, der das Ganze wirklich auch grundsolide gemacht hat. Ja, hat er auch wieder einen Fehlpass. Das ist so, Veljkovic hat halt immer einen Bock. Solange dadurch kein Tor passiert, ist es ja fast egal, in Anführungszeichen. Aber wenn er halt ein Tor kriegt, dann ist es natürlich schwierig. Aber ja, und Raphael Boree kam vorne rein. Habe ich mir schon fast gedacht gehabt. Hatte ich ja auch in meiner Aufstellung drin, dass Boree reinkommt. Allerdings dachte ich nicht, dass Durkisch reinkommt, weil da muss ich tatsächlich wirklich sagen, hat im letzten Spiel, als er reinkam, bis auf den Elfmeter, den er im Nachschuss auch erst reingemacht hat, kein so gutes Spiel gemacht. Jetzt wiederum hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht, Marvin Durkisch. Und hat da echt nicht nur die Vorlage zum Tor von Boree gegeben, sondern war immer wieder im Mittelfeld anspielbar. Hat so ein bisschen auch diese hängende Spitze dann auch gemacht. So das, was letzte Woche auch ein Stück weit Wolfsum hatte gemacht hat, was Romano Schmid oft machen. Hat halt Durkisch auch gemacht, sich so ein bisschen hinter die Stürmer dann auch immer wieder fallen lassen, in diese Zwischenräume. Und da die Bälle gespielt. Weil das ist ja auch so eine Rolle, wo ich schon mal gesagt habe, das könnte vielleicht ein Marvin Durkisch auch spielen. Und das finde ich, hat er schon gut gemacht. Muss man auch mal loben. Und ich sage ja, das wisst ihr ja auch bei mir oder die Leute, die den Kanal schon länger verfolgen, ich bin ein Riesenfan davon, dass du nicht Spieler grundsätzlich nur kritisierst, wegen dem Namen, den du im Kopf hast, oder vielleicht irgendwie die nicht magst oder sonst was. Sondern ich finde, gerade wenn du Spieler kritisierst, solltest du die auch loben, wenn die was gut machen. Und das hat Marvin Durkisch wirklich auch gut gemacht. Und das hat auch Ole Werner gut gemacht, dass er eben diese Switchs gemacht hat. Und ich kann nur hoffen, dass es jetzt nicht einmalig nur war, sondern wirklich so eine Weiterentwicklung bei ihm selber stattgefunden hat. Dass man gesehen hat, okay, das, was ich hier gerade mache, damit komme ich nicht weiter. Die Kritik wäre sehr, sehr laut geworden, wenn man gegen Köln verloren hätte. Das muss man auch ganz klar sagen. Und gerade durch diese Wechsel haben viele schon vor Anpfiff gesagt, dass man Werner gegen Köln so ein Stück weit sogar rausnehmen muss. Weil genau das waren ja die Forderungen, die die Fans sich gewünscht haben. Und wenn das dann nicht geklappt hätte, hätte man vielleicht die Spieler mehr in die Mangel nehmen müssen. Also in die Mangel in Anführungszeichen. Das ist aber halt jetzt eben nach hinten gerutscht, muss man ja mal so sagen. Und da kommen wir direkt auch zu Einzelspielern und vor allen Dingen auch zu zwei großen Fragen. Denn zum nächsten Spiel gegen Darmstadt haben wir eigentlich zwei Spieler, die tendenziell schon auch in die Startelf reinrutschen könnten. Die Frage ist, ob jetzt für das Spiel schon oder in Zukunft. In Zukunft zu 100 Prozent. Die Frage, ob in dem Spiel, na, Fragezeichen. Kommen wir natürlich dann gleich noch zu. Jetzt möchte ich erstmal was sagen zu Milos Veljkovic. Das habe ich ja gerade schon mal angekündigt gehabt. Milos Veljkovic hat wirklich auch in den vergangenen Jahren eigentlich sehr, sehr oft von mir Kritik bekommen. Und ich bin auch wirklich kein großer Veljkovic-Fan. Muss ich auch gar nicht sein. Ich sage ja immer, solange die Spieler sich den Pumpe-Punkt aufreißen, um für Werder alles zu geben und sich da wirklich richtig rein zu mauern, da bin ich hoch zufrieden. Also dann ist ja auch alles gut. Dann ist ja auch alles okay. Und dann habe ich auch nicht viel zu meckern, wenn man das eben sieht. Das ist genauso dieser Satz mit, man kann ja auch verlieren. Die Frage ist, es geht immer darum, um die Art und Weise, wie man verliert. Für mich ist Veljkovic absolut, aber auch keine sichere Bank. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde, er hat extreme Tempo-Defizite. Den Spielaufbau, den der eine oder andere bei Veljkovic immer wieder mal lobt, sehe ich persönlich auch nicht. Für mich sieht das immer schwer, einfach nach wahllosen, langen Bällen aus, die mal ankommen, mal nicht. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ey, das ist jetzt seine Fähigkeit, sondern einfach ist es okay. Aber genau das ist eben der Punkt. Er ist eben einfach ein durchschnittlich okayer Verteidiger. Er ist nicht absolut kacke, er ist aber auch nichts Weltbewegendes. Es ist in Anführungszeichen mal eine sichere Bank, mal auch den ein oder anderen Fehler drinne. Jetzt muss man aber auch sagen, er hat halt eben extrem viele Spiele schon für Werder gemacht, über 200 Spiele für Werder gemacht, das ist extrem vereinstreu und hat da auch immer alles gegeben, was in seiner Macht war. So, das muss man einfach auch mal festhalten und deswegen bekommt er von mir auch auf jeden Fall hier ein Lob, weil ich das einfach wirklich jetzt sehr, sehr stabil gegen Köln fand. Also alles, was ich gerade gesagt habe, ist einfach nur zu ihm als Person, aber jetzt gegen Köln, das war wirklich echt ein ordentlicher Auftritt und hat wesentlich sicherer gewirkt als von Marco Friedl in den letzten Wochen. Das muss man einfach mal so sagen. Und es wird natürlich auch schwierig für Friedl werden. Das andere Problem ist natürlich, wenn jetzt ein Vekovic sich ebenfalls verletzen würde oder irgendwas anderes würde passieren in der Innenverteidigung, wir haben keinen gelernten Innenverteidiger mehr dahinter, außer du spielst jung als Innenverteidiger, denn der hat ja linker Innenverteidiger mal gelernt, jetzt die letzten Jahre aber eben Schiene gespielt. Könntest du wieder umfunktionieren als linker Innenverteidiger. Man sieht aber auch, dass Werner ihn gerne als Einwechslspieler irgendwie dann vielleicht noch hat für die linke Seite. Ich denke aber, dass man da flexibler sein muss, also dass Jung sowohl für die Innen- als auch für die Außertage-Position in Frage kommen wird in Zukunft. Ihendu würde ich mir sehr wünschen, dass man ihn eben wirklich fördert als Nachrücker in der Innenverteidigung, weil wir dort einfach wirklich ein bisschen minimalistisch aufgestellt sind. Der einzige Kandidat, der dann noch kommen würde, wäre eigentlich Rappo. Und bei Grosso weiß ich halt wirklich nicht, ob du das... Also klar, kann man ihn ja zuzielen, aber ganz schwierig, finde ich. Dann, ja, Rappo und eventuell Hendo Jung. Diese Ecke würde ich anvisieren. Das ist auf jeden Fall zu Bekovic. Hat wirklich einen soliden Auftritt gemacht. Das hat mir gefallen gegen Köln. Kann man absolut nichts sagen. Jetzt muss ich ein Riesenlob aussprechen. Dieser Typ ist der Sechser, wenn der so Spiele macht wie in Köln, den ich mir jahrelang gewünscht habe. Unangenehm in den Zweikämpfen, knallt sich da rein. Ist ihm scheißegal, dass er mal einen Kreuzbandriss hatte. Ist ihm scheißegal, dass er mal ein Jahr lang pausieren musste. Er knallt sich so in die Zweikämpfe rein. Oh Gott, war das cool, Alter. Ich wirklich, ich habe ihn so gefeiert. Super, super Antizipation nach vorne. Einfach genial, wie der die Räume da erkennt. Spielt richtig geile Bälle und jetzt das Coole. Nicht eben immer nur dieses Abdrehen, sondern er wusste genau. Er hat eine super Erkennung für das Spiel. Also wirklich, er kann ein Spiel super lesen. Er weiß, wann er den sicheren Ball nach hinten spielen muss und dann spielt er den auch mal zu Pavlenka. Ist richtig so. Ist richtig so. Du kannst nicht sagen, ja, der kann nichts an den Ball. Der Mund, dann musst du ihn anspielen. So, ganz klar. Und dann soll er halt den langen Ball spielen. So. Oder halt den auf außen wieder bringen. Aber das ist genau das, was ich sehen will. Dieses, einfach diese Erkennung, wann spiele ich den nach da und wann kann ich aber auch den Schnittball spielen und wie viele Bälle nach vorne hat der Typ gespielt durch die Gasse. Und das hat mir so geil gefallen. Ey, seine Torvorlage, ne, auf den Jinma, die war einfach nur Gold wert. Wirklich Gold wert. Das kannst du gar nicht in Geld aufwiegen, wie du diesen Ball spielst. Und genau so Bälle hat keiner, keiner bei uns in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, also wirklich, da musst du schon weit zurückgehen, bis du sagst, dass jemand diese Bälle gespielt hat. Hinter die Kette, durch das Zentrum, durch hinter die Kette. Wenn er die Dinger Woche für Woche spielt, ei, 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 ei. Also das sind, das sind so Bälle, die haben damals in der Spieleröffnung Kruse bei uns gespielt, ein Ösi hat das gespielt, ein Diego hat das gespielt. Das sind so Kategorie, diese Bälle. Also es geht jetzt nicht um den Spielertyp jetzt zu sagen, Linden ist der nächste, ne, Kruse, Ösi, Diego, was, ist ja überhaupt gar nicht der Spielertyp. Es geht nur rein darum, dass diese Bälle, die er spielt, hinter die Gasse, Steckbälle, zwischen die Ketten, die dann so präzise kommen, das ist eine unfassbare Qualität. Und mir ist auch scheißegal, ob der ein oder andere jetzt sagt, ja, guck mal hier, Nico, was labert der hier, Ösi und so weiter. Ey, ohne Witz, wenn du so einen Ball spielst und wenn du das weitermachst, dann ist mir alles egal, dann kann der Typ, da kommt an den Typ gar nichts mehr ran, wirklich gar nichts. Geile Spieleröffnung, super Passquote, diese Einzigartigkeit von eben Erkennung des Spiels, tolle Bewegung, immer anspielbar gewesen. Er hat auch diese kleinen Bewegungen gemacht. Ich weiß, ob ihr darauf geachtet habt. Er geht dann mit dem Gegenspieler mit, zieht ihn raus, bleibt auf einmal stehen und geht zurück und ist wieder anspielbar. Immer wieder so diese Mitspieler mitziehen, dann rausreißen, sich lösen. Ach, das war einfach, also genial, wirklich genial. Und er hat eigentlich da weitergemacht, wo er gegen Bayern aufgehört hat und du merkst, wie er sich steigert. Wenn der Woche für Woche sich steigert, du darfst den niemals, solange er Leistung bringt, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Leistungsbereitschaft beziehungsweise von einer Aufstellung, die immer leistungsgerecht auch ist, aber solange er diese Leistung zeigt, darfst du ihn niemals aus dieser Startelf rausnehmen. Du musst ihn so fördern, dann wird das unser perfekter Sechser, den wir uns schon immer genau so gewünscht haben. Das muss man einfach nochmal sagen, war ein Riesenswitch. Und ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, aber nach dem Wechsel, wo Grosso und Jung reingekommen sind, du hast wirklich gemerkt, und ich meine das überhaupt nicht persönlich, ich habe einen Riesenrespekt davor, wie Grosso aus der U23 sich nochmal hochgearbeitet hat und der hat auch immer alles gegeben, menschlich gesehen, ist da gar nichts auszusetzen. Wirklich absolut gar nichts. Also absolut gar nichts auszusetzen, auch bei Jung nicht. Also Jung hat ja auch immer alles gegeben. Und ich habe auch super Heiden Respekt vor seinem Charakter. Menschlich sind die beide top, aber du hast einfach gemerkt, wie die Qualität runterging. Als Jung und Groß reingegangen sind für Grosso, äh, für, ähm, als Jung und Groß reingegangen sind für Linnen und Demont, das war ein Riesenunterschied, wirklich. Es war ein Leistungsabfall, das muss man wirklich so sagen. Und das ist halt eigentlich etwas sehr Positives für uns, weil das heißt auch, dass Frankie einen guten Job gemacht hat, gerade bei diesen Positionen, weil er einfach wirklich Qualität reingeholt hat mit diesen Spielern. Die sind beide wesentlich besser als Spieler, die letzte Saison auf dieser Position gespielt haben und sind beides ganz, ganz klare Stammspieler, muss man einfach so sagen. Und da gehen wir auch direkt rüber zu Demont. Mega Spiel gemacht. Wirklich, wirklich mega Spiel gemacht. Ist die Linie hoch und runter gelaufen. Man hat ja schon vorher mal gehört gehabt, dass der sehr, sehr lauffreudig sein soll. Ja, ist er absolut. Und das auch in einem guten Tempo, in einem wirklich guten Tempo, läuft er die Schiene hoch und runter. So will ich einen Schienenspieler sehen. Genau so will ich einen Schienenspieler sehen. Und ich bin auch voll dabei, zu sagen, ey, ganz ehrlich, Demont würde ich absolut auch zutrauen, auch in der Viererkette zu spielen, weil er die Linie hoch und runter läuft. Und wenn du in der Viererkette einen Außerteiler hast, der hoch und runter läuft, ist das auch Gold wert. Also da brauchen wir nie mit anfangen zu sagen, dass der nicht Viererkette kann. Hundertprozentig kann der auch Viererkette. Dann eben als Außerteiler, der dann die Linie eben immer hoch und runter mitläuft. Muss man sowieso mal sagen. Ein paar Leute haben ja gesagt, wir können auf gar keinen Fall Viererkette spielen, weil wir dann zehn Gegentore mehr kassieren und so weiter. Freunde, wenn Weiser und Demont auf Viererkette sind und die aufrücken, was meint ihr denn, was in der Viererkette sonst passiert? Bei allen anderen Vereinen, die auch mit Viererkette spielen, wo auch Außenverteidiger mit nach vorne gehen und Flanken etc. Richtig, dann lässt der Sechser sich in den Zwischenraum fallen. Die Innenverteidiger gehen ein Stück nach außen, dann hast du hinten trotzdem die Dreiererkette in der Defensivbewegung, wenn die Vierer, also wenn die Außerteiler aufgerührt sind. Zumal die auch wieder nach hinten arbeiten. Aber ganz davon mal ab, haben wir mit Demont, und darauf will ich eigentlich hinaus, mit Demont einen wirklich super, super guten Ersatz für links gefunden. Ist für mich auch jetzt schon Stammspieler, hat sich direkt als Stammspieler reingespielt, habe ich ja gerade schon gesagt, der Leistungsabfall war danach auch klar zu sehen. Schleckt gute Flanken, hat eine gute Erkennung für eben, dann auch Konterbewegungen. Ich weiß auch nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber ich fand es auch richtig geil, dass er immer wieder diese Doppelpassbewegung gemacht hat. Er spielt und geht weiter, das liebe ich ja, wenn Spieler nicht abschalten nach einem Ball. Ich hasse nichts mehr, als wirklich, wenn Spieler, die spielen Ball und bleiben stehen und gucken. Was bringt dir das? So, du hast, du bist null in Bewegung, und du kannst dich gar nicht freilaufen. Da kann nichts funktionieren, gar nichts. Aber in dem Moment, wo du eben spielst, gehst direkt wieder, ziehst du entweder den Gegenspieler weg oder öffnest einen neuen Raum oder bietest dich eben an, machst eine neue Situation auf und das macht halt eben auch ein Demont. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat total ins System gepasst. Ich fand es auch geil, dass Linden auch immer wieder mal von der sechsten Position aus rüber zu dem Morgen gespielt hat. Die beiden harmonieren auch gut. Er ist 23 Jahre jung, hat noch viel Entwicklungspotenzial nach oben. Ich glaube, dass wir an dem Jungen wirklich viel Spaß haben werden. Und wenn ich dann noch sehe, wie der vorne abschließt, Volli da drauf, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Typ auch noch ein, zwei Dinge auf jeden Fall mal die Saison selber schießen wird. Also das ist schon, das kann schon richtig, richtig gut werden. Da bin ich auch sehr, sehr gehypt drauf, ihn öfters zu sehen. Einfach nur genial. Also Demont und Senne Linden von mir ein Riesenlob. Richtig, richtig geil einfach. Ja, dann kommen wir eigentlich zum ersten Spieler, wo es dann heißt, in Zukunft wird es eigentlich einen Tausch geben und zwar Nabi Keita. Das ist ja Wahnsinn. Der hat drei, vier Minuten auf dem Platz gestanden, hat zwei Torchancen sich erarbeitet, macht eine Bewegung im Mittelfeld unfassbar gut, nimmt den an, zieht den Gegenspieler raus, spielt den mit der Hacke auf groß. Grosso war selber völlig perplex, also der wusste auch nicht, was da abging in dem Moment. Das war einfach nur Qualität, wie der und was der für eine enge Ballführung hat. Ich weiß nicht, wie der, also jetzt mal ganz ehrlich, der hat drei Minuten auf dem Platz gestanden und der hat eine Ballführung wunderbar, wirklich wunderbar, auch nach vorne gearbeitet, hinten wieder zurückgelaufen, sich da auch nicht irgendwie zu fein fühlt gewesen, auch in den drei Minuten ordentlich, schön zurückgearbeitet. Man hat auch übrigens gesehen gehabt, dass eine Systemumstellung vorgenommen worden ist, schon bevor Keita kam und zwar hat man dann eine Doppelsechs gebildet mit Grosso und Stay und davor hat Romano Schmid praktisch die Zehnerposition bekommen, wo der übrigens auch sehr aufgegangen ist, also in dieser freien Position und da kam dann auch Keita hin und ich glaube, dass wir diesen Switch in den nächsten Wochen öfter sehen werden. Das habe ich schon locker, jeder der den Kanal jetzt länger verfolgt, weiß das, locker hundertmal hier auf diesem Kanal gezeigt, dass ich das hundertfach besser finden würde, als diesen stumpfen Dreiersturm, wenn du eh auf den Außenpositionen Schienenspieler hast, dann nochmal mit Flügeln in Anführungszeichen das zu ergänzen, fand ich Quatsch. Du brauchtest einen Spieler, der zwischen den Ketten steht, der immer anspielbar ist, von der Sechserposition aus anspielbar ist, der dann eben die Stürmer wirklich aktivieren kann auch und genau das wurde gemacht, du hast eine Doppelsechs gebildet und damit einen Kreativspieler davor, der in Anführungszeichen möglichst alle Freiheiten bekommt, damit er sich eben immer zwischen den Ketten auch bewegen kann. Und das war erst Romano Schmid, dann Keita und Keita wird einhundertprozentig in der Startelf in den nächsten Wochen stehen, sobald sein Körper das zulässt, auf jeden Fall. Ja, das war einfach, also ich kann einfach euch nur sagen, ich habe mich wirklich richtig gefreut, ich war am Strahlen die ganze Zeit, ihn einfach am Ball zu sehen, einen Nabi Keita im Werder Trikot zu sehen, war für mich schon ganz, 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 ganz toll. Ich bin so froh, dass wir den haben. Ich habe richtig Bock, was der in den nächsten Wochen zeigen wird. Ich hoffe, dass man gegen Darmstadt ihn vielleicht sogar schon 20 Minuten geben kann. Ich glaube nicht, dass er da schon in den Startelf steht. Das wäre natürlich eine Riesenüberraschung, aber ich denke, dass er eher so 20 Minuten vielleicht dann gegen Darmstadt bekommt und vielleicht danach die Woche schon eine Halbzeit vielleicht spielen kann und dann kannst du eigentlich schon darüber reden, ob er vielleicht sogar von Anfang an mal spielt und dann 60 Minuten so und dann runter geht. Das wäre, denke ich mal, so diese Steigerung, die musst du aber ordentlich jetzt steigern, damit er da auch möglichst schnell drankommt. Man muss ja auch sagen, dass er für Guinea in der Vorbereitung auch noch gespielt hat, auch von Anfang an. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt jemanden haben, der ein Jahr raus war wegen Kreuzmann-Riss oder sowas. Nein, der hat jetzt im Sommer auch Pflichtspiele noch gemacht, auch über, ich weiß nicht, ob der 90 Minuten auf dem Platz stand, aber er war auf jeden Fall in beiden Spielen in der Startelf. Gegen Brasilien hat er sogar Zehner gespielt. Also ich glaube, dass man ihn möglichst schnell jetzt auch in die Startelf kriegen kann. rein vom Möglichen her. Ja, und da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf und ich glaube, da wird es auf jeden Fall einen Switch geben. Das muss ich sagen, wird aller Voraussicht nach für Romano Schmid sein, den ich jetzt natürlich auch nochmal loben muss. Aber da wird Cater sehr, sehr wahrscheinlich für Romano Schmid reinkommen. Ich denke, dass Stay und Linen eine Art Doppelsex spielen werden, was schon sehr, sehr cool ist, weil sowohl Linen das kann, als auch Stay damals bei Kopenhagen das Ganze gemacht hat und du dann eben davor diesen Kreativspieler hast, der dann vielleicht schon Romano Schmid erstmal ist und dann eben Cater. Aber ja, da wirst du halt wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Man muss aber sagen, Romano Schmid hat sich echt toll entwickelt, zeigt eigentlich jetzt Leistungen, die man sich so schon länger von ihm auch gewünscht hat, hat ja auch eine Torvorlage schon, ist für mich einfach wirklich wendiger, quirliger, guter Spieler bei uns im Mittelfeld, der wirklich mit seinen Bewegungen auch immer wieder Räume reißt, auch für die Mannschaft sehr unangenehm zu verteidigen ist und das ist eigentlich so das, was man sich lange gewünscht hat. Niedriger Körperschwerpunkt auch, ja, viereinhalb Millionen Mark, wird 23 Jahre jung, der hat noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben, wenn er die konstant hält, vor allen Dingen, wenn er dann nicht den Kopf fallen lässt, wenn er auch rausgeht, wenn Cater reingeht, das muss man halt auch so sagen, Romano Schmid muss da einfach aktiv bleiben, muss weitermachen, immer weitermachen, so und dann wird er mit Sicherheit auch immer einen Platz kriegen, also immer zumindest dann auch per Einwechslung kriegen, zumal man ja auch bei Cater immer sagen muss, wenn da doch nochmal was mit einer Verletzung ist, musst du halt jemanden haben, der auch sofort funktioniert. Das wird halt wichtig sein, ja, muss man einfach sagen, ist toll aufgeblüht, erste Halbzeit fand ich den gar nicht so stark wie viele andere, muss ich auch sagen, weil er halt auch den ein oder anderen Fehlpass gespielt hat, wo ich dachte, das darf dir eigentlich nicht passieren dann und mir dann auch manchmal einen Tick zu lange gebraucht hat, aber gerade im Laufe des Spiels fand ich ihn immer stärker, gerade in der Zweitratze fand ich ihn sehr, sehr gut, auch vor allen Dingen dann, wo dann der Switch kam, wo er dann auf die Zehn gegangen ist, war das schon sehr geil, wo er auch mal an zwei, drei Leuten vorbeigelaufen ist, hat ja auch ein gutes Grundtempo, Abschluss, da hapert es aktuell noch, er sagt ja selber, dass er im Training auch oft trifft, aber da muss er natürlich noch vorne einfach effektiver werden, aber das weiß er halt auch eben selber, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das wird noch sehr interessant werden, wie gesagt, ich fand ihn im Laufe der Partie immer stärker, gutes Spiel gemacht, anfangs hat er mir aber nicht so stark gefallen, wie zum Beispiel Stay, Stay hat am Anfang sehr, sehr krass gekämpft, gerade in den ersten 20 Minuten, wo es nicht so lief und das ist mir halt schon ein paar Mal auch aufgefallen, es bringt dir halt nicht so viel, wenn Romano immer nur funktioniert, wenn es läuft, du brauchst halt Spiele auch, die funktionieren, wenn es eben nicht läuft, die dann rausstechen, das hat zum Beispiel Stay auch so diese Fähigkeit, dass auch wenn es nicht läuft, er dann trotzdem so vorangeht, was mir dann wiederum sehr gut gefällt, aber das wird sehr interessant werden, wie Romano Schmid in den nächsten Wochen aufblieben wird oder was da noch alles möglich ist, für den Jetzt-Moment erstmal sehr, sehr gut alles. Raphael Bourree in die Startelf reingekommen, der wirklich auch schönes Spiel gemacht hat vorne drinne, guten Abschluss, sein erstes Tor für Werder erzielt hat, geil auch, wie er sich da gefreut hat und dann so auf Dux draufgesprungen ist und so, sowas feiere ich ja, muss ich auch einfach mal sagen, auch mit der Aussage vor dem Spiel, dass er auf jeden Fall länger bei Werder bleiben will, dass es nur an den Vereinen liegt und so, das ist alles geil, wenn er seine Leistung so weiter zeigt, ist doch top, freut mich sehr, wird auf gar keinen Fall aus der Startelf nächste Woche rausgeben, bin ich mir ziemlich sicher, dass er da bleiben wird, für uns wird nur eben wichtig sein, dass du da eben, wenn du ihn dann holen willst oder wenn er dann diese Leistung Woche für Woche bringt, schnellstmöglich mit Frankfurt redest, weil nicht, dass du den am Ende dann nicht bekommst, nach dem Jahr, der wieder weg ist, ja und dann gleichzeitig deine Talente selber ausbremst, das darf nicht passieren, aber hat ein gutes Spiel gemacht und du hast halt da auch wieder gesehen, dass er technisch einfach wirklich einiges drauf hat, also wie der den Ball annimmt und so führt, das ist schon echt stark und der ist 1,74 groß und macht Bälle fest wie ein Großer, das muss man auch mal so erwähnen, ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, wie der sich weiterentwickeln wird die nächsten Wochen, das ist schon echt sowas, was einem Freude macht und ich glaube, viel mehr im eigenen Stadion geht dann auch nicht, also erstes Tor im Weserstadion gemacht, toll, einfach wirklich toll, habe ich Bock drauf, den auch jetzt gegen Darmstadt zu sehen, bin ich sehr gespannt, wie er sich zeigen wird, natürlich ein bisschen bitter für Justin Jinmar, kam wieder rein, macht ein Tor, jetzt in drei Spielen zwei Tore, eine Vorlage, drei Scorer plus im Testspiel gegen Klappe hat er ja auch noch getroffen, da muss man auch ganz ehrlich sagen, eigentlich kommst du über Jinmar auch nicht drum rum und das ist auch gut so, dass es sich so zeigt, jede Chance, die er hat, nutzt er, auch wenn er eben nicht von Anfang an aktuell spielt und das ist wieder, wie bei Lennon vorhin den Pass, den ich schon gelobt habe, das ist einfach Gold wert, wenn du ein Spiel hast, der reinkommt und immer wieder so Impulse setzt, hat ein unfassbar gutes Tempo, ist sehr, sehr schwer zu verteidigen, hat auch noch einen sehr präzisen Abschluss, klar, manchmal hapert es da auch noch so ein bisschen, aber der ist halt auch 22, da ist so viel Potenzial nach oben noch, das muss man halt auch so sagen, ist auch ein absoluter Mehrwertspieler, gut, dass wir vor der Saison noch mal mit ihm den Vertrag verlängert haben, das war auf jeden Fall auch absolut wichtig, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, jetzt wird es natürlich umso spannender werden, wer dann am Ende in der Startelf spielt, weil wir erinnern uns damals auch an Bürg, der auch über die Bank sehr funktioniert hatte, wo er sich natürlich dann auch einen Startelfplatz irgendwann gewünscht hat, wenn du Woche für Woche da Leistung zeigst, Werner dann am Ende sich sogar entschuldigt hatte, weil er gesagt hatte, ja, das hätte man durchaus machen können, aber er wollte das Sturmdurk nicht auseinanderreißen und Bürgert gesagt hat, er glaubt, dass er aufgrund seiner Leistung, das fand ich eine gute Aussage und die könnte auch Justin jetzt treffen, aufgrund der Leistung einen Startplatz auch mal verdient hätte, einfach so auch als Belohnung und dann, kommt es halt eben drauf an, da musst du dich zeigen, da musst du dich beweisen, dass du halt dann wirklich funktionierst, auch von Anfang an und ich finde, dass Justin sich das verdient hat, die Frage ist nur, wer würde denn rausgehen, weil eigentlich, gerade gegen Darmstadt, jetzt mit Tempo auf die Kette, das wäre schon sehr, sehr geil, das Problem ist wahrscheinlich eben wirklich, wen würdest du runternehmen, ich wäre tatsächlich sogar eher noch bei Durchsch runternehmen und Jinma und Bore vorne drinnen spielen zu lassen, weil Bore einfach die Bälle auch festmacht, auch trotz seiner 1,74, macht er halt eben die Bälle fest und ist da eben sehr, sehr unangenehm für den Gegenspieler, plus bringt er halt auch ein sehr gutes Tempo mit, also Bore und Jinma, da hast du schon zwei echt schnelle Spieler vorne und dann auch noch so einen kleinen quirligen, das wäre schon sehr, sehr interessant, auf der anderen Seite ist halt Durchsch derjenige, der dann auch sich fallen lässt und dann auch die Bälle hinter der Kette spielt, was dann auch eben sehr wertvoll ist, ist die große Frage, ne, ich glaube, dass es für Jinma eben darum jetzt ein bisschen bitter ist, weil Durchsch jetzt auch ein gutes Spiel gemacht hat, Bore direkt getroffen hat, wird dann schwierig, in die Startelf zu kommen, ich würde es mir aber sehr wünschen, dass man das eben auch macht, weil er das eben sich auch absolut verdient hat, das muss man so sagen, er hat es sich verdient, in die Startelf reinzukommen, er hat, wie gesagt, Impulse, die du so in der Offensive nicht hast, die Frage ist nur, mit wem kombinierst du das und das ist, glaube ich, die große Frage, die man sich stellen muss und dann führt man eigentlich da, also führt nichts dran vorbei an Jinma und da übrigens auch wieder toll bei Werner, dass er jetzt Justin wirklich auch in der 60. schon gebracht hat, das war halt auch wieder sowas, also in dem Spiel war so viel Weiterentwicklung zu sehen, das hat mir schon richtig, richtig gut gefallen und in dem Moment ruft mich gerade Ailton an, wo ich jetzt natürlich gleich auch drangehen muss und jetzt könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben dalassen, gerne ein Abo dalassen, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wir haben jetzt über alle Spieler gesprochen, über die ich sprechen wollte und damit habe ich auch schon verraten, ich wollte demnächst, deswegen hat Ailton auch gerade angerufen, wieder einen Talk mit Ailton machen über die Situation um Werder, ja und ich hoffe, ihr freut euch auch schon darauf, jetzt habt ihr für die Leute, die bis zum Ende dran geblieben sind, jetzt praktisch auch diese Ankündigung, dass jetzt bald wieder ein Video mit Ailton kommen wird, ich bin jetzt raus, euer Nico und ciao, ciao.